Ich hab Angst, dass hier nirgendwo einer ist. Genau dann, wenn ich rausgehe. Oh, jubisch. Noch einer, Uwe, noch einer. Ich rede jetzt gut, wie ich zeige, Uwe. Bis zum nächsten Mal. Loooooooord. Hahaha, wie ein Boss. Sei jetzt ganz ehrlich, fahr das extra. Natürlich. Ehrlich jetzt? Nein. Ich hab einfach so komplett random die Smoker. Das größt mir einem gefallen. Speicher, das war auf jeden Fall klappt. Was hat er gemacht? Ich hab's nicht gesehen.